Musik 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 Ja, heuer geheiß er auch die erste und ausnahmsweise mal nicht, der Grob Rindl Musik Musik Ja, es ist einfach ein wunderschönes Skigebiet Musik 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 Auf der Latschenalm ist leider noch nicht viel los, aber das wird sich ja heuer hoffentlich ändern. Ein bisschen antrainieren, damit die Touren nicht so fad werden, oder? Ja, und so verlassen wir den gemütlichen Platz hier. Und wieder einmal sehen wir einen Unterhosen Rolf voll in Aktion. Das war doch der Rolf, schau! Der ist ja mittlerweile berühmt als Unterhosen Rolf. Servus! Ja, hör auf! Wir waren jetzt auch mal aufgehört. Hey, 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 hey! Bergheil unter uns Rolf. Wir fahren so runter. Und dann? Da ist er nicht angestochen. Und die Störner sind nicht so hart. Wir sind zehn miteinander angestochen. Wir sind auch schon alle miteinander angestochen. Ja, ein bisschen schon. Ja. 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 Ein bisschen mehr runter. Ja. Außer noch unten. Applaus Ja. Mir geht's.